Am 27. März feierten die ethnischen Deutschen in allen Städten der Ukraine das Osterfest. Die feierlichen Veranstaltungen wurden sowohl in den deutschen Zentren als auch in den evangelischen Kirchen durchgeführt. In der deutschen evangelisch-lutherischen Kirche St. Katharina in Kiew wurde auch ein feierlicher und gut besuchter Gottesdienst gefeiert. Die Menschen kamen in festliche Stimmung zur Kirche und gratulierten einander zum Osterfest. Von der Gebäude, nicht nur von der Gebäude der Natur, sondern von der Gebäude der Gäste, der uns beseitigt, für alle gute und gute Dinge. Frieden, allen unseren Kindern, froh, dass alle Menschen gesund und glücklich waren. Denn nicht nur diesen Tag, natürlich, möchte ich darauf wünschen, aber heute ist ein特別er Tag. Ich begrüße alle mit dem светlichen Weihnachten, Frieden, 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 Frieden und Heiligen und Heiligen und Heiligen. In anderen Städten der Ukraine wurde dieses Fest auch fröhlich und erhebend gefeiert. In Bilazerkva hat die ganze deutsche Gemeinde ein feierliches und spannendes Programm vorbereitet. Außerdem haben die Frauen viele leckere deutsche Gerichte gekocht. Wir sehen uns in der nächsten Minute. Wir sehen uns in der nächsten Minute. Bis zum nächsten Mal.